Ich habe gerade überlegt, ob ich jetzt ins Bett gehe oder noch einen Podcast aufnehme und ich habe irgendwie noch Lust, einen Podcast aufzunehmen. Aus gegebenem Anlass, denn ich muss heute nochmal über das Thema Wirkung sprechen. Ich werde über das Thema Wirkung von Marken sprechen und ich denke, dass das eine ganz hilfreiche Podcast-Folge zumindest für eine Person ist, die ich gerade im Kopf habe. Ich wünsche mir natürlich, dass es mehr Personen betrifft da draußen, die davon profitieren werden. Aber ich mache diese Podcast-Folge für eine Person gerade, die ich im Kopf habe, in der Hoffnung, dass sie diese Podcast-Folge hört und vielleicht das eine oder andere Thema überdenkt. Ja, ihr merkt, man ist immer so inspiriert von dem, was so im Leben passiert. Genau, also Thema Wirkung von Marken heute in dieser Podcast-Folge und wenn ihr eure Marke verstärken wollt, wenn ihr die Wirkung eurer Marke verstärken wollt, dann lege ich euch wirklich ans Herz. Bitte recherchiert bei Google und schaut euch die Studien an zum Thema Podcasting. Ich bin fest der Meinung, dass das Thema Podcast in jede Kommunikationsstrategie eines jeden Unternehmens gehört. Es gibt eigentlich, also jeder Satz mit eigentlich ist eine Lüge, aber ich kenne kein Unternehmen, für das, für die das nicht interessant wäre, egal ob Startup oder langjährig etablierter Konzern, völlig egal. Der Podcast, die Stimme als Audiobranding gehört genauso in den Kommunikationsmix und tut euch einen Gefallen, testet es wenigstens. Macht fünf Folgen einer Staffel zu einem bestimmten Thema und schaut einfach, was passiert, dass es super schnell produziert. Denkt daran, einen Marken-Podcast zu machen und wenn ihr Bock habt, dann coache ich euch gerne dahin, einen eigenen Marken-Podcast auf die Beine zu stellen. Gerne auch als Testversion mit erstmal so fünf oder zehn Folgen, damit ihr seht, welche Auswirkungen das haben kann. Ist natürlich ein langfristig angelegtes Engagement, aber es lohnt sich auf alle Fälle. Also hier nochmal der kleine Piekser von mir, endlich mit einem Podcast zu starten. So, jetzt geht's los mit dieser Podcast-Folge von heute zum Thema Wirkung von Marken. Viel Spaß dabei. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Wie ihr wisst, machen wir hier im Marken-Rebell-Podcast sehr selten Werbung mit externen Partnern. Das liegt vor allen Dingen daran, dass wir sehr genau auswählen wollen, ob das Produkt tatsächlich zu uns in die Community passt oder eben nicht. Als mich Savdesk vor ein paar Wochen kontaktiert hatte, haben wir auch hier ganz genau hingesehen und mit Begeisterung festgestellt, wie smart Buchhaltung heute tatsächlich abgebildet werden kann. Savdesk ist ein Cloud-basiertes Buchhaltungsprogramm für selbstständige, kleine Unternehmen und Freiberufler. Und mit Savdesk kannst du deine laufende Buchhaltung GOBD-konform bewältigen und das von überall. Denn für die Nutzung von Savdesk ist keine Installation notwendig, sondern einfach den Browser verwenden oder die App starten und los geht's. Nützliche Features wie Rechnung schreiben, Belege automatisch digitalisieren und verbuchen, was mir super wichtig ist, Kunden verwalten und Online-Banking, all das erleichtert dir natürlich die Arbeit in deiner täglichen Buchhaltung. Ich bin sehr beeindruckt, welches Service-Erlebnis das Team von Savdesk aus Offenburg mit 70 Mitarbeitern für 80.000 Kunden weltweit geschaffen hat. Also starte den Jungs und Mädels einen Besuch ab im Internet unter www.savdesk.de und mit dem Gutscheincode markenrebell25 gibt es 25% auf die ersten drei Monate auf einen Savdesk-Tarif deiner Wahl und das Ganze bis 31.12. Alle Infos in den Shownotes, unsere ganz klare Empfehlung Savdesk, also schaut euch das an. Und jetzt geht's weiter hier im Podcast. Viel Spaß damit. Das Thema Wirkung von Marken. Lasst mich vielleicht so einen kleinen Schwenk machen. Wie ist denn das so, wenn ihr morgens aus dem Haus geht? Da ist ja in eurem Kopf gedanklich, vielleicht morgens unter der Dusche, beim Zähneputzen oder so, sind ja so die ganzen tollen Ideen, die euch so durch die Gedankenwelt schießt und sagt, hey, ich habe gerade ein tolles Produkt, ich habe gerade ein tolles Projekt oder was auch immer, an dem ihr arbeitet und ihr wollt da unbedingt schnell wieder hin, schnell wieder ran ans Werk und so weiter und so fort. Aber was macht ihr ganz unbewusst? Ihr sucht euch natürlich ein tolles Hemd oder eine tolle Bluse aus. Ihr schaut, dass die Schuhe geputzt sind. Also ihr geht aus dem Haus und eure Marke, eure Personal Brand hat eine entsprechende Wirkung. Und darauf möchte ich hinaus. Viele, 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 diese eine Person insbesondere, die heute nicht namentlich erwähnt wird, aber angesprochen, sich hoffentlich angesprochen fühlt, viele vergessen einfach, dass das Thema Wirkung und Marke einen ganz wesentlichen Aspekt einnimmt. Das, was nämlich passiert ist, wir konzentrieren uns an, das liegt einfach an der Natur der Sache. Das ist einfach nicht, weil wir das Thema Marke nicht auf dem Zettel haben. Das hat jeder von uns auf dem Zettel. Jeden, den ich frage, der sagt natürlich, Marke ist wichtig, Wirkung ist wichtig, Außenwirkung ist wichtig. Ich hätte meine Frau oder meinen Mann gar nicht kennengelernt, wenn mir das nicht wichtig wäre. Jeder weiß es, aber keiner nutzt es aktiv. Und deswegen geht so viel Wirkung, Außenwirkung verloren. Weil wir konzentrieren uns rein instinktiv auf das, was wir wirklich können, nämlich unsere Fähigkeit, eine bestimmte Fähigkeit etwas zu tun, vielleicht ein tolles Projekt zu initiieren oder tatsächlich durchzuführen, weil ich ein super Organisator bin oder weil ich total kreativ bin. Vielleicht bin ich Grafikdesigner. Da möchte ich mich genau darauf konzentrieren, das eine Detail wirklich schön zu machen. Oder ich bin Texter, da geht es dann um die inhaltlichen Sprachwelten, um die Konstruktion von Schachtelsätzen oder was auch immer. Aber, wenn wir mal bei dem Texter bleiben, der da seine Schachtelsätze formuliert, wie sieht es denn eigentlich aus mit Lesehilfen? Wie sieht es denn eigentlich aus mit dem Textdesign? Wie sieht es denn eigentlich aus mit der Auswahl der Schrift? Mit Absätzen? Mit Satzzeichen? Mit Groß-Kleinschreibungen? Mit Kapiteltrennern zum Beispiel? Also wie strukturiere ich meinen Text, damit er auf der anderen Seite wirklich Lust hat, das ganze Thema zu lesen. Nehmt euch einfach mal die AGB irgendeiner Website. Wer hat denn Bock, das zu lesen? Kein Mensch. Und genau darauf will ich hinaus. Die Wirkung einer Marke entsteht, indem ich mir dessen voll bewusst bin und das zu einem Projekt erkläre. Wie ich die Wirkung meiner Marke verstärken oder auch verbessern kann. Wirkung heißt eben auch, nicht nur, aber auch, dass ich das Design im Blick habe. Dass ich mir genauestens überlege, ist das, was ich dort gerade kreiert habe, ist das tatsächlich eine Entsprechung meiner selbst? Also wenn ich mich selbst vermarkte, als Personal Brand beispielsweise. Oder entspricht das tatsächlich dem Qualitätsanspruch meiner Leistung? Entspricht das tatsächlich dem Qualitätsanspruch meiner Leistung? Und wenn ihr euch diese Frage stellt, werdet ihr sicher feststellen, das ein oder andere Mal zu sagen, nee, eigentlich nicht. Eigentlich habe ich gerade was produziert, was mich überhaupt nicht so darstellt. Oder so darstellt oder in einen Kontext bringt, in dem ich mich eigentlich nicht sehe. Aber es war günstig, das so zu machen. Ich kenne da jemanden, der hat das einfach gemacht. Versteht ihr, was ich meine? Nehmen wir mal das Thema Logo. Ich habe da einfach gegoogelt und habe da was genommen. Oder ich habe da so ein Word gemacht oder sowas. Das mag für euch so im ersten Step wunderbar erklärbar sein, dass ihr zum Beispiel sagt, naja, ich brauche jetzt irgendwas. Ich habe nächste Woche einen Termin. Ich brauche jetzt was. Aber ihr macht damit eure Wirkung kaputt. Denn der erste Eindruck zählt. Und der erste Eindruck heißt ja nicht, ihr geht ja nicht zu einem Date und sagt, du, die Zähne habe ich jetzt nur oberflächlich geputzt. Küssen können wir trotzdem. Das Thema wird sicher nicht so weit kommen. Verspreche ich euch. Weil der erste Eindruck zählt. Der erste Eindruck entscheidet, und das entscheiden wir mit 0,02 Sekunden, ob das auf der anderen Seite mich anspricht oder nicht. Das ist völlig egal, welche Art von Dienstleistung oder Produkt ist. Wenn ihr ein Produkt im Regal seht, entscheidet 0,02 Sekunden, entscheidet euer Gehirn. Ja, ich gehe noch diesen einen Schritt mehr auf das Produkt zu, um es zu greifen, aus dem Regal zu nehmen und es mir anzuschauen. Genauso ist es auch bei der Partnerwahl. Oder wenn ihr jemanden trefft. Keine Ahnung, Kaffee, Disco, whatever. Aber wenn ihr jemanden trefft, dann entscheidet ihr in 0,02 Sekunden anhand der Wirkung eures Gegenübers, ob ihr euch auf diese Person, zum Beispiel auf ein Gespräch, auf ein Hallo, auf ein Blickkontakt oder was auch immer, einlassen wollt. Und wenn euer Gehirn sagt, nö, das machen wir nicht, dann war es das für denjenigen auf der anderen Seite, der sich um seine Wirkung vielleicht nicht gut genug gekümmert hat. Und deswegen, und jetzt versteht ihr wahrscheinlich auch, warum es mir so eindringlich und wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass diese Wirkung, diese 0,02 Sekunden, die gibt es nur ein einziges Mal. Ihr habt keine weitere Millisekunde Zeit. Euch wird diese Situation, dieser Erstkontakt, kein weiteres Mal geschenkt, weil dann wäre es ja ein Zweitkontakt. Sondern ihr habt nur diese eine einzige Chance. Und in dieser Situation interessiert euren Gegenüber überhaupt nicht, ob ihr keine Zeit hattet, ein Logo zu entwickeln, ob ihr kein Budget hattet, ein Logo zu entwickeln, weil der wird ja nicht sagen, du, sorry, mein Hirn sagt gerade mir nach 0,02 Sekunden, das funktioniert eigentlich nicht. Kannst du mir bitte erklären, warum das mein Gehirn denkt? Nein, das wird nicht passieren. Diese Frage wird es nicht geben. Diese Frage wird es deshalb nicht geben, weil die Schublade schon offen ist, in die ihr reingestopft werdet. Was macht unser Gehirn? Ganz intuitiv, macht jeder von uns. Wir checken das in Bruchteilen von Sekunden mit den Erfahrungen, die wir schon mal gemacht haben. Und wenn da einer um die Ecke kommt, wo das einfach nicht passt, also das Erscheinungsbild nicht passt, die Visitenkarte schlecht gemacht ist oder der Gesamteindruck einfach eher hemmsärmlich, mit der heißen Nadel gestrickt, wie man so schön sagt, gemacht ist, dann ist die Schublade offen, ich bin drin und ich komme da superschwer bis gar nicht mehr wieder raus. Superschwer bis gar nicht mehr wieder raus. Das heißt, das war's. Erster Eindruck ist kaputt. Ich bin in der Schublade drin, mein Gegenüber hat mich abgestempelt, wir sind nicht auf Augenhöhe, wir werden keinen Deal haben, wir werden kein Date haben, wir werden keinen Verkauf haben. Das ist übrigens die oberste Regel im Verkauf, dass die Wirkung, die ich ausstrahle beim Erstkontakt, die entscheidende ist, ob derjenige mir vertraut, ob derjenige bei mir kaufen wird, ob er sich von mir beraten wird, ob er meinen Service in Anspruch nehmen möchte oder nicht. Das entscheidend alles die Leute innerhalb von 0,02 Sekunden. Und das Schöne ist, und das ist das Tolle, heute hier und jetzt in der Podcast-Folge zu erfahren, das Tolle ist, ihr habt Einfluss darauf, wenn euer Glaubenssatz und das, was in eurem Kopf stattfindet, bevor ihr auf die Bühne geht, euch genau das bewusst macht, dass das, wofür ihr keine Zeit habt, wofür ihr euch Zeit nehmen solltet, super wichtig ist. Es ist sogar wichtiger, es ist sogar wichtiger als das perfekte Produkt, als die perfekte Dienstleistung. Du kannst eine geile Wahrnehmung deiner Marke haben und dein Produkt leistet nur 40% von dem, was es eigentlich können sollte. Du hast Aufmerksamkeit, du kannst den Leuten erklären, warum es noch nicht 100% läuft, aber du daran arbeitest, fieberhaft, suchst gerade Leute, um das hinzukriegen. Du bist im Gespräch, du kommunizierst mit den Leuten. Warum? Weil du die 0,02 Sekunden überstanden hast, weil deine Wirkung geil ist. Und das ist das, worum es geht. Ist die Wirkung gleich Null oder sogar negativ, bist du in der Schublade, hast du die 0,02 Sekunden nicht überlebt, dann ist es völlig scheißegal, wie geil dein Produkt ist. Es ist völlig egal, wie geil dein Produkt ist, wenn du die 0,02 Sekunden nicht überlebt hast. Du kannst der größte Liebhaber, die größte Liebhaberin sein, wenn dir so 0,02 Sekunden um sind, ist es völlig egal. Es ist egal. Und deswegen möchte ich euch hier und jetzt anstiften. Anstiften, darüber nachzudenken. Ist eure Wirkung, entspricht eure Wirkung tatsächlich dem, was ihr verkaufen wollt, was ihr verkörpern wollt, ist es authentisch? Seid das wirklich ihr? Ist das wirklich das, wo ihr hinwollt, wie ihr euch selbst seht? Ist es das, wo ihr in fünf Jahren zurückblicken wollt und sagen wollt, wie geil war bitte dieser Auftritt? Wie geil war bitte diese Wirkung? Noch mal, es ist völlig wurscht, wie geil euer Produkt, eure Dienstleistung oder euer Service ist. Wenn die Wirkung verfehlt wird, wenn der Ersteindruck vertan ist, ist diese Professionalität eures Produktes nichts wert. Und das ist wichtig zu verstehen. Wirkung ist alles. Wir sind so gestrickt. Wir funktionieren so. Wir Menschen funktionieren so. Wir arbeiten mit den Erfahrungen. Wir assoziieren mit dem, was unser Wissensnetz im Kopf, Vera F. Birkenbiel, Zitat Ende, an Erfahrungen gesammelt hat. Unser Wissensnetz wird immer größer, ja, aber wir haben diese Schubladen und da packen wir alles rein. Wir sortieren das alles weg, damit wir das in unserem Unterbewusstsein ablegen können. Und deswegen sortieren wir das ganz automatisch und super schnell. Also schaut, dass ihr nicht in diese Schubladen reinkommt oder wenn, dann in eine Schublade, wo ihr euch wohl fühlt. Und ihr habt es selbst in der Hand. Kümmert euch um eure Wirkung. Und jetzt bin ich raus. Also, nur das Beste für euch. Vor allen Dingen eine geile Wirkung für eure geniale Marke. Und bleibt rebellisch. Ciao. Ausatmung. Musik Untertitelung des ZDF, 2020